Ja Freunde da bin ich wieder und ihr seht hier im Wald hat sich auch was getan denn das hier wird dann der Fußweg geben zum Himmelsglück der Fußweg zum Glück kann man sagen und nicht nur ich werde hier den Fußweg dann benutzen sondern mit mir garantiere ich euch tausende wenn nicht sogar an den Milliarden an Touristen und Besucher hier in Schoenberg beim Glück und weil wir so glücklich sind zeige ich euch noch eine andere Stelle bis dahin bleibt dran nichts verpassen lasst einen Daumen da empfiehlt nicht weiter labert ein bisschen rum hier entsteht das Glück und hier sind alle glücklich Servus und Tschüss